Er muss sich keine Gedanken um ein Versteck machen. Der Coconut-Oktopus hat sein Zuhause immer dabei. Und sollte ihn die Nachbarschaft zu sehr nerven wie wir Taucher, dann packt er seine vier Wände einfach unter die Arme und marschiert davon, soweit ihn die restlichen Beine tragen. Am Ziel seiner Wünsche angekommen, heißt es dann einfach nur Deckel drauf. Manchmal kann sich aber auch ein Krake mit seiner Behausung übernehmen. Dann reichen selbst acht Arme nicht mehr, um die vielen Muschelschalen mitzuschleppen. Es gibt nur sehr wenige Tiere auf Erden, die Werkzeuge ihrer Umwelt so geschickt und intelligent einsetzen wie dieses Tier. Eine grandiose Unterwassershow. Wird der Coconut-Oktopus mal obdachlos, muss er improvisieren. Irgendwas, und sei es menschlicher Müll, lässt sich immer als Unterkunft verwerten. Irgendwas, und sei es. Im Ausprobens. Untertitelung des ZDF, 2020